Ja, erstmal herzlich willkommen zu den Konnichi Koi News. Heute in eigener Sache. Hi. Konnichiwama Konnichiwa. Die Vorstellung der Koi aus Auktion 616, aber wir werden uns da heute schwer tun. Weil es sind ja Koi so zwischen Ende 30 und so um die 50 Zentimeter. Wir haben heute den Naturteil Komori abgefischt. Komoriの後. Nissai-no-Auktion-Koi-no-Setsu-mehschau war...難しい, ne? Ja,大丈夫. Er lacht und sagt,大丈夫. Wir haben 14 Koi zurückgeholt. Von den 14 Koi.今日の 14匹の中で何匹くらい? 1m over? Halbom. 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 Also über die Hälfte war über 1m. Jibano-Kiyatsu-wa Yakuro-ku. Sura-goi. Sura-goi. Und ein Sura-goi, sieben Jahre alt mit 106 Zentimeter. Der absolute Wahnsinn. Ja, also wir sind irgendwie im Größenrausch momentan. Akimoto hat heute den neuen Begriff. Extra-Jumbo. Ja, Super-Jumbo war gestern, jetzt ist Extra-Jumbo geformt. Das war einfach brutal. Ja, aber jetzt ist die Hälfte von 416-Jumbo geformt. Ja, aber jetzt ist die Hälfte von 416-Jumbo geformt. So, dann fangen wir mal an, Makoto. Das ist die Hälfte von Karashi-Kohaku, 37cm. Die Größe ist egal, oder? Die Größe ist egal, oder? Die Größe ist egal, oder? Also, die Zeichnung sagt er, ist einfach, aber die Rot-Qualität und Shiro-ji die weiße Haut ist super, und deshalb spielt die einfache Zeichnung auch keine Rolle. Aber die Kutsubera war auch ganz schön, oder? Ja, sehr schön. Also die Kutsubera, der Schuhabdruck, die Schuhferse hier, das ist schön und von daher alles gut. Zugi war Karashi-Ginrin-Kohaku-Nisai, Yonshu-San-Senshi. Karadawa-Suburashi, oder? Ja, sehr schön, Karadawa-Suburashi. Also die Körperform ist sensationell. Und hätte er nicht die Körperform, hätte er die Zeichnung auch gar nicht so weit groß sind. Also wenn er die Zeichnung nicht hätte hätte, hätte er nicht bis zum Missai-Groß mal. Schitzu war? Schitzu war? Und die Qualität ist gut? 9cmまで? 85cmは大丈夫だと思います. Und er sagt auch 85cm. Moyo? 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 面白いよね. Hier ist 1,2,3. Also hier ist er dreifach abgestuft und hier ist er einfach Yppon-San-Dan. 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 Also ist ein Yppon-San-Dan-Ginrin-Karashi-Kohaku. Zugi war? Maruten-Zan-Ki? Um,本質がいいですね. Und er sagt, die Qualität ist sehr geil. Das Bild ist leider, das hat die Kamera ein bisschen gesponnen. Das ist nicht das allerbeste. Anno Moyo? Moyo war simple. Auch hier ist die Zeichnung eher einfach. Simple, aber unique. Aber sie ist unique. Und hier sind die vier schwarzen Merkmale. Sag, das sind genau richtig. Anno Atamano Moyo war? Anno Atamano Sumi war? Ja, das ist gut. Aber es ist gut. Es ist gut. Aber es ist gut. Es ist gut. Aber es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Sind die Grofurt? Sind die Grofurt? Ja. Die hat ja auch dieses nette Mutomal. Und wie hat die Zentimeter? 80cm? 85cm? 80cm? 80cm bis 85cm. Zugi war? Genrinno-Sanke? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und er sagt auch hier, die Körperform ist sehr gut. Ginnin, Schizu und Benishizu und Ginnin sind sehr gut. Benishizu, also die Rotqualität und Skinnerin ist sehr geil. Wie ist das? 80cm? 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 Und er sagt, genau dieses Schwarz hier, genau dieses ist geil. Man sieht hier auch Sumi, ne? Und es ist ein schönes blau-schwarz. Das ist ein paar Sumi, lá Polizei und Rade ist ganz lustig. Sehr geil, sehr gut. Mojo-mui, oder? Und die Zeichnung ist auch sehr gut. Generellenshow war Nisai Yonju-i-SENGY. Körperform ist auch gut. Und die Qualität ist gut. Mojo-mui ist etwas einfach, aber noch ein bisschen墨. Er sagt, die Zeichnung ist einfach, aber wenn hier das Schwarz raus drückt, dann hat er die Chance. 80-85cm. 80-85cm kann er groß werden. Übrigens, ein sehr interessanter Tatekoi in meinen Augen. Zurgi, deutsche Show war ein guter Tatekoi. Und die Qualität ist sehr gut. Mojo-mui ist einfach. Mojo-mui ist einfach. Die Zeichnung ist heute einfach. Aber er sagt, das Schwarz erscheint hier überall an genau den richtigen Stellen. Und dann wird er sich auch noch verändern. Hier am Kopf sieht man auch, dass er Schwarz raus drückt. Also das wird recht cool. Und 80cm kann er werden. Und 80cm kann er werden. Ein Geschwister, deutsche Shirazuri, Nisai Yonju-san-SENGY. Die Körperform ist sehr geil. Und die Weiß, Weiß und der Schwarz, hier oben erkennt er das, ist sehr gut. Kokoni-mo Sumi-de-masuka? Ich denke, er wird sich auch hier noch Schwarz entwickeln. Und ich sage Ihnen, wenn wir oben auf der Farm alles, was er aus Shinmae, Tateishi, Kyo-no-tsu an, Deutsch-jiro-Utsuri rausgeholt haben. Wenn Sie das live sehen, oder jetzt dann im Video, dann wissen Sie, warum wir von diesem Koi so restlos begeistert sind. Und ich sage Ihnen, es werden nicht mehr viele in den Auktionen erscheinen. Also wenn Sie einen wollen, dann zuschlagen. Nansenshi, Maru Nioki-kunare-masuka? 80cm. Also auch er kann 80cm werden. Hier nochmal ein Geschwister, deutsche Tanzschower. Das ist gut. Das ist gut. Die Qualität ist sehr geil. Die Körperform ist sehr geil. Und die Sumi-de-masuka? Und die Sumi-de-masuka? Und die Sumi-de-masuka? Und auch das Schwarz? Das ist ja. Das Schwarz wartet gerade noch, aber das kommt raus. Man erkennt es auch im Körper. Also hier drückt Schwarz, hier drückt Schwarz. Und hier gibt es einen ganz leichten Schwarz-Ansatz. Also man sieht es an verschiedenen Stellen, dass es demnächst kommen wird. Ja? Ja. Ja. Und der einzige Nachteil ist, dass es hier ein Kagami-Koi ist. Sprich, ähm... Also, das ist ein Nachteil. Er sagt, dass die Weißqualität so geil ist, spielt es keine Rolle, dass es kein Leder ist, sondern ein Spiegelkarpfen ist. Und dann ist es gut. Und dann ist es so. Die Zeichnung ist geil. Und die Kokedami ist gut. Und dann ist es gut. Also, der ist richtig geil. Da können viele aus dem Naturteich überhaupt nicht mithalten. Nandでもいい, ne? Nansenji Maduni? 80, 85. Also 80, 85 kann er werden und ist in allen Belangen wirklich ein richtig geiler Koi. Zuki Karashi Aikuro Monishai Sanchu Hasenji. Nansenji Maduni Okikuna Demasuka? 90 kann er werden. Er sagt 90 kann er werden. Ichiban Itogurova? Also, die Qualität und die Körperform sind die zwei besten Qualitätsmerkmalen. Also, die weiße Haut ist sensationell. Er hat richtig schön Magenta im Roten. Das war Deutschの電話の会社. いつも Magenta. Und auch hier die Mame. Nee, Mameじゃない. Koromo Han. Drückt sehr schön raus. Zuki wa Budokoromo. Honto no Budokoromo, ne? Oh,すごい. Hadaが綺麗だね. Er sagt, auch hier die Haut ist richtig weiß. Karada wa? Karada mo ii des. Kiyochi Dekiru? Ja,大丈夫だと思います. Also, auf 90 kann er wachsen. Und es ist halt ein typischer Budokoromo. Futsu no Budokoromo, ne? Kakkoi. Kakkoi. Also, richtig geil. Muss man auch nicht lange erklären. Mo iyo mo ma ii, ne? Ja, Mo iyo mo ii. Die Zeichnung ist auch schön. Richtig coole Koi. Zuki Goshiki, 37 senji. Auch später geboren. Und bei ihm sieht man schön, wie die Mame sich gerade entwickelt. Ganz leicht. Ja. Ja. Und er zeigt, dass es sehr gleichmäßig wird alles. Ja. Ja. Und die Zeichnung ist gut. Und die Zeichnung ist gut. Und die Zeichnung ist gut. Und die Qualität ist sehr geil. Und die Zeichnung ist gut. Und auf 80 kann er wachsen. Jetzt kommt Karashi Ochiba. Nisai, 49 senji. Wir haben heute ein Ochiba aus dem Naturtreich geholt mit 100. Und Kyo no Ochiba war yak 2 senji, ne? 101? 101? Also mit 101 cm. So, das ist eine andere Blutlinie? Also der ist die zur Hälfte die gleiche Blutlinie, wie der der heute aus dem Naturtreich gekommen ist. Und das ist wahrscheinlich schon über 100cm geworden. Chancen ist ja. Und er sagt auch, er hat die Chance auf 100cm zu wachsen. Also der Himmrua war, dass ihr in den Kirchen von 46, 50 ja und 70 und 70 cm ist das ja so groß. Also der Haarland ist mit 15, 30 bis 40. Und das ist eine Appar satisfies. Und fließende Blutlinie? und da ist es mir wichtig, dass wir in den Kirchen von 7 Jahre spielen Traditional die Kirchen von 7 Jahre schon lange ist das ja. Also die Kirchen von 8 Jahre ist ja, aber etwas anderes, kann man sagen. Das ist einfach nur ein Typ, weil es ist eine Frau so großartig. Aber die Katarienik sollte man sagen. Und das ist einfach nur ein Typ. Ja, das ist ja. So, ich glaube ich lieber immer noch. Das, was hier so ungleich ist, wird sich noch anleiten. Jetzt ist es Ginrin Karashi-Ochiba. Heute haben wir einen Ginrin Chagoi aus dem Naturtreich geholt, mit 100cm. Der ist über 100cm, auch 101cm, 102cm, und er ist zur Hälfte auch ein Geschwister von ihm. Das Ginrin Chagoi ist wunderbar. Das Ginrin Chagoi ist gut. Das Himura ist gut. Auch hier ist das Ungleiche von den Farben, was heute aussieht, wie ein Aquarellbild. Das wird sich auch noch angleichen. Das ist über 90cm. Und über 90cm kann er auf jeden Fall werden. Und dann ist das Karashi-Kuchaku Nisai 5.000cm. Shitsu und Karada sind wunderbar. Also der Körper und die Qualität ist sehr gut. Und bei ihm geht es nur darum, dass die Zeichnung ein bisschen zu einfach ist, aber die Mame entwickelt sich auf dem Weiß und Rot hervorragend. Die Mame ist in Nisai ganz gut. Also da gibt es überhaupt nichts. Und über 90cm kann er werden. Und über 90cm kann er werden. Und über 90cm kann er werden. Und über 85cm kann er auf 85cm wachsen. Heute haben wir einen mit 80cm zurückgeholt, der schon mal den Shubetsu, den besten Variety gewonnen hat. Shitsu war super. 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 Also der stärkste ist die Qualität. Achishitsu war super. Auf 80cm kann er wachsen. Ich finde einen sehr, sehr geilen Koi. Tanju Kinshova? Ja. Es ist ein lustiger Koi. Interessanter Koi? Ja. Und wenn man mal schaut, dann sehen Sie jetzt mal, wie sich das Schwarz auf Kinshova entwickelt. Hier tröppelt es gerade durch. Geht nicht größer. Jetzt kommt sie punktweise. Und viele Punkte geben dann eine geschlossene Fläche. Und... Und... Und wenn er ein schönes, rundes Maruten, Maruten, Maruten Tanju gehabt hätte, dann wäre er in der Türteich gegangen. Maruten muss Hikari muss überraschieren. Ja. Ja. Dann haben wir als nächstes ein Ginshiro Utsuri. Genauer gesagt ein Han-Han-Ginshiro Utsuri. Oder... Eine Metallic-Hambon-Kutze, ne? Also Halbmetallic. Ich finde ihn optisch sehr interessant, muss ich wirklich sagen. An diesem Ort wird der Züge aus. Ah, wahrscheinlich wird er. Und er geht davon aus, dass sich auch in dem Bereich der Schwarz noch schließen wird. Ich finde, er hat einen unglaublichen Impact. War super. Die光 ist super, aber es ist nicht so, dass die weiße Haut ein unglaubliches光 ist, aber das schwarze hat gar keins. Das ist wirklich ein züchterischer Zufall oder Unfall, dass auf der einen Farbe Metallisch erscheint und auf der anderen nicht. 85cm ist okay. Karashiyama Buki, Mama ist 85cm. 1m ist okay. Kein Problem, meine Freunde, des gepflegten Kölkischmacks. Nur ein bisschen. Also er hat einen trockenen Hals. Das tut uns natürlich schrecklich leid, wir ziehen das trotzdem durch. Ich finde ihn einfach mega geil. Und er wird auch noch ein bisschen gelber. Zubi war Deutsch Karashiyama Buki, Kyodai. Kyodai. Also ist ein Geschwister. Mama war Nansenji. Alter. Alter. Ich habe gerade gefragt, sind es Geschwister, sagt er ja, sei wie groß ist die Mutter, dann sagt er alter. 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 Ademo, hast du ein Koi? Ja. Ist im Prinzip genau das gleiche als Deutsch. Schauen Sie sich das an. Und wenn Sie ihn jetzt nicht wollen, dann wollen Sie ihn wirklich nicht. Ich finde den mega, absolut geiler Koi. Nansenji Madani, Yaku-Senshi. Ademo Kyodai, der ist ein bisschen schräg fotografiert worden. Ja, das ist ähnlich. Ademo ist ähnlich. Mama war Nansenji. Mama war Nansenji. Mama war Nansenji. Also auch bei ihm ist die Mutter 105 Zentimeter. Und auch er hat ein geiles Fukurin. Und jetzt fischen wir dann Kirita ab und dann kommen noch mal welche zurück. Und da freuen wir uns. Kirita-Hikari-Muchiba. Also hat er mir letzt extra die Bilder gezeigt, ist er ganz aufgeregt durchs Büro gerannt. Das ist ja der Hand, und dann hat er gesagt, Kame-chan, Kame-chan,見て,見て, an der Satsino-Mite! Dann hat er gesagt, ja ganz ruhig. Nein, ich guck mir das jetzt mit ihr zusammen an. Guck mir gerade an. Na, du hast du Nansenji Madani? Nansenji Madani. Und auch er kann 1 Meter wachsen. Karashi-Kindrin Hikari-Chako. Nisai-Yonji-Isenji. Das ist ja nicht lustig. Kabel! Schauen Sie sich das mal an. Unique. Er sagt, das sieht wirklich aus wie Gold. Du hast mir auch zum Preis von Gold verkauft. Du hast mir auch den Preis von Gold verkauft. Du hast mir auch den Preis von Gold verkauft. Jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Wann hat er noch? 85? Also 85 gerne werden. Hikari Ochuba. Man muss es mögen. Früher hat man solche Koi Ghost genannt. Mittlerweile, das ist Salz in der Suppe. Nicht jeder Diamant muss farblos sein. Die fancy Colors sind auch geil. Ich finde den einfach richtig cool. Zugiwa. Orange Karashigoi. Nisai 47cm. 9cm Mare ni. 1m ist okay. Auch hier sagt man 1m. Kein Problem. Kuiro. Der ist so cool. Die Kuiro. Die Kuiro. Die Kuiro. Das kann man auch nicht abgeben. Die Kuiro. Die Kuiro. Die Kuiro. Die Kuiro. Die Kuiro. Die Kuiro. Das ist mein Kuiro. Ja, das ist ja so. Ich frage gerade, warum die unterschiedlich groß sind. Ja, da gibt es ja schon. Die Aussage, das beste Ginrin zu haben, ist natürlich schon gewagt. Aber man kennt so einen Ginrin in der Vielzahl einfach nicht. Und 90-95 ist alles gut. Also 90-95 kann er werden. Ginrin, Nanashi Goi, Mai Tonachi-Plattline. Und auch er kommt aus der gleichen Blutlinie, ist 46. Schauen Sie das an. Ja, das ist interessant. Ist das ein Karashi? Ja, das weiß ich nicht. Also, ob ein Karashi wird, wissen wir nicht. Heute sieht er einfach richtig, richtig geil aus. Und also ich ja... Ah, der Körper ist gut. Der Körper ist gut. Aber die Körperform ist sehr geil. Wie lange bis hin? 95 ist alles gut. 90-95 kann er werden. Jetzt ist das Karashi Ginrin Nochagoi. Das ist auch ein Kyo-Kyo-Dai. Und auch vom heutigen 101cm Ginrin Chagoi ist es ein Geschwister, ein Halbgeschwister. Wie lange ist es? 95 ist alles gut. Und 95 ist kein Problem. Schauen Sie sich das Ginrin an. Das ist doch einfach ein Homo. Ginrin-Tou, Fukurin-Mo. Ja, das ist wirklich spannend. Super. Das ist gut. Der Körperform ist gut. Das ist gut. Er hat die Chance auf einen Meter, aber die Stütze ist großartig, der Körper ist großartig, was auch immer großartig ist. Er hat auch ein Netzmuster und es ist sehr gut. Die Ginnrin ist großartig. Das ist gut. Die Ginnrin ist großartig. Und auch hier wieder das Ginnrin. Also hier, wenn es da so uneben aussieht, das ist einfach alles nur Ginnrin. Und schauen Sie hier. Und das unterstützt die Aussage, die ich gerade getroffen habe, nochmal. Und auch wie weit das Ginnrin an der Seite runter geht, richtig geil. Richtig geil. Also hier hat noch kein Geld, er wird aber Geld noch bekommen. Und als solcher dann, jetzt wahrscheinlich als Kanoko. Und dann wird es dann richtig, richtig geil. Also ein Piki. Karashi, Nisai, 48cm. Nantesenji, Marini. Und er kann 1 Meter werden. Schöne Körperlinie, schöne Farbe, alles gut. So, anなたの一番いい no Sambiki wa? Ah,また今日も難しい na. Und er sagt, heute ist es wieder schwer. Wattashi wa kochi. Also meiner ist er hier. Er hier ist meiner. Zwei. Das ist ja wohl geil. Das ist Makoto's Ososume Nr. 1. Und den finde ich schon auch geil. Und das ist meiner auch. Ah, jetzt sind wir gemeinsam. Da sind wir beide beim Ochiba. Richtig geil. Und das ist auch wirklich geil. Jetzt ist es Makoto, aber ich will noch mal auch mal machen. Und dann ist das nicht möglich. Mhhhhh. 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 Nimm das nochmal durch. Mhhhhh. Mhhhhh. Es sieht da echt Zeit aus. Wie geil ist das? Goshiki? Goshiki? Er hat sich jetzt richtig Zeit genommen und seine Wahl ist auf dem Goshiki gefallen. Aber man sieht, ein Japaner macht nichts Hoppla Hopp, sondern da wird reiflich überlegt. Und das ist für ihn. Neben dem Ochiba und dem Yamabuki ist der Goshiki noch seine Ososume. Das ist seine Empfehlung. Makoto-san, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.